Guten Morgen Leute zu einem neuen Video. Heute ist wieder Einradtraining, heute ist Samstag. Morgen werden wir vielleicht auch ein bisschen fahren und ich wollte euch mitnehmen. In diesem Vlog will ich mal was Neues ausprobieren. Ich will nämlich so eine Art Cinematic Vlog machen. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob ich das schaffe. Ihr könnt jetzt hier mal abstimmen, ob ich das in diesem Video schaffe. Aber nicht vorspulen, das ist Cheaten. Und ja, mal gucken, ob ich es schaffe. Ich weiß es nicht, aber wir sehen es dann. Ja, ich würde sagen, dann geht es jetzt auch schon los. Hier sieht man ein freilebendes Ion am Dänen. Warum habe ich mein Mikrofon eigentlich wieder vergessen? Na, du ein Scheiß-Vlogger bist. Ja, danke schön. Gerne. Dankeschön. Mit Liebe. Nehme ich jetzt persönlich, ne? Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. 1, 2, 3 1, 2, 3 Das ist jetzt deine Chance Hallo Ich würde sagen, wir haben Essen Essen, Duisburg und alles Was? Hallo Wir haben Sonntag heute Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen Und wir sind an einer neuen Location Mit diesem Typen hier Mit diesem hier Den da Und mit dem hier Schon wieder am Hardtryen ist Und wir werden hier glaube ich Ein bisschen rollen, oder? Bist du das? Okay Wow Du bist du you Und du bist du Und du bist bei dir Aber genau Attrabe mir Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020